auch ich bin seit ich weiß schon gar nicht mehr wie lange im home office und habe meine wohnung nur in dringenden fällen verlassen ich gehöre wegen meiner eingeschränkten atemmuskulatur wie viele andere menschen mit behinderungen natürlich auch zur risikogruppe was aber mir aktuell eigentlich viel mehr auffällt oder was mich viel mehr stört als dass ich meine wohnung nur selten verlassen kann ist dass es so viele menschen gibt die die medien für die ich ja sonst auch freiberuflich arbeite grundsätzlich als staatlich organisierte verschwörungstheorie sehen ich kann das überhaupt nicht verstehen und wir journalisten wenn wir dann was veröffentlichen bekommen hass kommentare wie bekommen aluhut verschwörungstheorien unter unseren beiträgen wir werden zum teil auch persönlich angegangen selbst aus dem privaten umfeld kommen da teilweise wirklich sehr sehr verschwörungshafte medienkritische äußerungen und ich bin ganz ehrlich anfangs fühlte ich mich persönlich beleidigt da ich meine arbeit in frage gestellt sah mittlerweile ist es so dass es mich nur noch ärgert und ich unheimlich traurig bin wie es denn passieren kann dass ein mensch so krass den medien die wir mit festem wissen und gewissen der neutralität verschreiben oder wo wir uns teilweise auch wirklich den arsch aufreißen um eine ausgewogene berichterstattung zu haben die halt aktuell sehr viel mit corona zu tun hat dass das so denunziert wird oder auch dass man es so ignorieren kann ich meine klar es ist jetzt gerade die zeit der science fiction autoren wenn man bedenkt dass man hinter jedem großen system wirklich eine verschwörung sehen kann ich meine bill gates der arme sorry also alle die jetzt gerade verschwörungstheorien zwecks bill gates verfolgen werden mich jetzt wahrscheinlich hassen und mir wieder einen shitstorm reinhauen aber da ist ja eigentlich voll das opfer davon er spendet milliarden und seinem von seinem vermögen dafür dass die forschung weitergeht sicher er arbeitet nicht immer mit kuscheren methoden aber warum warum ist er jetzt plötzlich gegenstand einer riesen krassen riesigen krassen verschwörungstheorie er ist eigentlich auch nur ein mensch der mal was mit computer gemacht hat und jetzt sehr viel geld hat und das dann teilweise auch sehr gut einsetzt und dann kommen so leute die meinen dann so ja ach passt mal auf da kommt der impfstoff und bill gates hat dann da ein chip reingemacht weil er uns alle fernsteuern will was hat er denn für ein interesse daran sind wir hunde nein und hunde tippen wir auch nicht um sie zu steuern das war ja sehr schön dann hätten wir weniger beißereien hunde tippen wir damit wir sie wieder erkennen können wenn wir sie verlieren leute was ist mit euch los warum warum seid ihr so ich möchte eigentlich auf diese fragen auch gar keine antworten ich bin einfach nur fassungslos